jo so hallo und herzlich willkommen liebe heartstone freunde zu einer weiteren episode heartstone mit mir dem gothic society maskottchen nein nein natürlich nicht mit mir dem lieben ja lang 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 ist sehr ja fast vier jahre um genau zu sein zuletzt habe ich 2019 aktiv heartstone gespielt auch für diejenigen unter euch die mich noch nicht kennen ich meine so meine letzten videos sind anfang 2020 rausgekommen und dann war ich inaktiv also in den letzten vier jahren ist sehr sehr viel passiert natürlich im realen leben aber auch hier in heartstone und ich habe natürlich in dieser zeit hier bei der spielerei sehr sehr viel verpasst ich bin überhaupt nicht auf dem neuesten stand und ich habe mich damit auch überhaupt nicht befasst ich habe zwischenzeitlich immer mal wieder so ein bisschen die lust verspürt und habe mir das ein oder andere addon oder mal irgendwelche karten oder so gekauft weil ich gedacht habe naja gut wenn du demnächst mal zeit hast und wenn du mal lust hast dann fängst du wieder an aber wie das leben so ist ich bin da einfach nicht zu gekommen und hatte andere prioritäten und wie auch immer lange rede kurzer sinn jetzt sitze ich hier heute ist der dreißigste zwölfte 2023 und das neue jahr 2024 steht vor der tür und ja das war nicht lang schnacken ich bin jetzt wieder da wie lange und in welcher form und so weiter und so fort das weiß ich noch nicht das ist jetzt auch mehr oder weniger eine relativ spontane entscheidung dass ich jetzt hier und heute wieder anfange und ja es ist es hat sich wahrscheinlich wahnsinnig vielen hat und getan also in den letzten vier jahren wahnsinnig viele expansions wahnsinnig viele neue karten also seid mir nicht böse ich habe mich damit überhaupt nicht befasst also ich habe mir auch keine anderen videos oder so angeguckt dementsprechend steige ich jetzt hier als kompletter neuling mehr oder weniger ein oder als neuer wiedereinsteiger jo ich hoffe dass mit der bildqualität und mit der tonqualität alles in ordnung ist ich habe hier komplett anderes setup und andere location und dementsprechend mal gucken ob das alles so läuft wie ich mir das wünsche ja lasst mich doch auch mal gerne in den kommentaren wissen ob ihr euch freut dass ich wieder da bin und vor allem auch ob ihr noch hardstone spielt oder ob ihr ebenso wie ich eine hardstone pause gemacht habt und vielleicht habt ihr lust mit mir zusammen wieder einzusteigen oder ihr habt lust mir den ein oder anderen tipp zu geben oder die ein oder andere hilfestellung denn ich bin in der tat ich weiß überhaupt nichts mehr also ich werde jetzt hier auch ziemlich ablosen denke ich mal aber jetzt hier in der ersten episode ist mehr oder weniger einfach nur hallo sagen es ist jetzt tatsächlich auch das erste mal für mich nach vier jahren dass ich hier für euch für meinen youtube kanal gothic society clan hier vor der kamera sitze mal wieder ein video an cut für euch aufnehmen drehe und dementsprechend ist alles neu also dass ich hier sitze ist für mich neu das spiel ist für mich neu mal gucken wie das so läuft willkommen im spiel ich denke jetzt in der ersten episode kommt es erst mal darauf an hier klar zu kommen ich werde ein paar päckchen öffnen ja wir haben so ein bisschen zeit uns wieder ja neu zu beschnüffeln sage ich jetzt mal und ich muss ja erst mal klarkommen ich muss ja erst mal alles mögliche lesen und wie damals auch könnt ihr mich jetzt hier live verfolgen und dabei sein für die leute die natürlich fortgeschrittenen hartstone sind und nach wie vor sehr aktiv und gut hartstone spielen für die mag das jetzt vielleicht auch ein bisschen langweilig sein oder keinen besonderen mehrwert hier rausziehen können weil ich halt wie gesagt ja wieder neu anfange aber wer da bock hat kann da sehr gerne dabei sein und sich darüber beömmeln was ich hier für eine schlechte figur mache nach dieser zeit aber in vier jahren ich glaube ich habe alles vergessen also okay aber ich bin super gespannt ich habe mich ja damals 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 da gab es ja oft diese momente wo ich mir gedacht habe ja okay es hat sich so ein bisschen angefühlt als hätte man alles durchgespielt und hat sich da an der einen oder anderen stelle so ein paar sachen gewünscht vom spiel und da bin ich mal gespannt was in der zeit passiert ist und was sie umgesetzt haben und was nicht ich habe mich da in keinster weise spoilern lassen okay kriegen wir schon mal zwei kartenpackungen normale karte austauschen was soll das denn bedeuten jetzt geht es schon wieder los leute weißt du bin gerade erst hier und es geht schon wieder los zufällige legendäre karte warum der siliax der war immer gut den habe ich noch in erinnerung eine mech karte hier kann sich hier magnetisch an einen dran mit gottesschild der hatte irgendwie alles leben entzug einfach sport und und so weiter gottesschild ihr habt keine karte qualität diamant erhalten nein warum sollte die austauschen nein ich will die bald eure quests bau ok die große eröffnung teil 1 absolviert ein spiel spiel 20 züge ich glaube das kriegen wir hin gewinnt zwei spiele gewinnt zwei spiele naja naja warten wir mal spiel 25 zauber das kriegen wir auch hin ok absolviert ein spiel das sind ja glaube ich quests die wir schaffen ok jetzt kriegen wir irgendwie noch mal quests spielt 15 ausgraben karten aus was sind denn ausgraben karten oh mein gott ich bin ja ich bin der voller noob wahnsinn gewinnt fünf gewettete spiele ja das kenne ich noch im modus hat so ein spiel 50 karten mit kampfschrei aus ja das kennen wir auch ausgraben karten weiß ich jetzt nicht was das ist event quest war es sind aber wirklich viele quests die wir hier scheinbar kriegen frohes winter hauchfest event quest a ok anscheinend gibt es jetzt auch hier events die man machen kann ich erinnere mich nicht mehr richtig vielleicht hätte ich mal meine eigenen videos gucken sollen nee ich glaube events ist mir neu ich glaube das ist mir neu das kenne ich jetzt nicht also jetzt muss ich hier drücken sorry ja kaffee ne kennt ihr noch ist immer dabei ist immer das wichtigste kaffee jahr des wolfs die karten des standard formats ändern sich jedes jahr ja genau das war ja früher auch so wild und standard im wild konnte man immer alle karten spielen und im standard immer die von der aktuellen expansion ich habe natürlich für die alten zuschauer unter euch die das noch wissen immer am liebsten und super gerne wild gespielt gerade weil man da alle karten spielen konnte und weil ich zur damaligen zeit fast das komplette set hatte das ist natürlich heute wahrscheinlich nicht mehr so ok neu hier gibt es einen neuen modus aber wir fangen erstmal vorne an ungewertet den kenne ich noch das ist aber eigentlich quatsch das ist ein nur so ein modus damals gewesen wenn du jetzt wirklich irgendwie neues deck oder sowas oder eine neue strategie oder irgendwas ausprobieren willst dass du deinen rang nicht verlierst dafür ist das ganz cool aber im prinzip wild alle karten außer karten des classic formats sind erlaubt ja ja genau standard nur das kern set und karten der letzten zwei jahre sind erlaubt genau so war das in der art meine ich früher auch und das hier ist neu der haken spielt hartstone mit einem monatlichen wechselnden regelsatz ok kehrt nach unguro zurück jeden monat können unterschiedliche erweiterungen verwendet werden ok das ist auf jeden fall neuer modus den kenne ich noch nicht ich nehme jetzt einfach mal standard folgendes gehören jetzt zum wilden format ok zum wilden format da geht es schon los ne ok also scheinbar weil ich dachte immer bei wild kann man alles spielen und im standard hat man nur bestimmte sets vielleicht haben die das jetzt so geändert dass das im wilden modus genauso ist das kann natürlich sein wir finden es heraus sterne bonus mal drei sterne wurde für jeden sieg erhaltet ihr drei sterne der sterne bonus verringert sich mit steigendem rang herzlichen glückwunsch artas blut 30 karten und ein deck wurden eurer sammlung hinzugefügt herzlichen glückwunsch ja 30 karten wurden hinzugefügt oh nein ich bin backt ok doch nicht grauselhurt der gentleman wow finde ich den reiser grauselhurt der war da so eine super nice karte was hat die noch mal gemacht ich weiß es nicht aber ich war ein riesen fan was hat die denn noch mal gemacht ich glaube die hat immer wieder den kampfschrei von von allen anderen karten ausgespielt oder irgendwie sowas wenn ich mich richtig erinnere und jetzt habe ich den irgendwie als skin ihr findet ihn unter dem reiter schlachtfeld helden in eurer sammlung ja wer lesen kann ist klar im vorteil gehörte teufel gehörnte okay noch so ein skin noch ein skin also ich muss ehrlich sagen in meinen vier vier jahre es sind vier jahre abwesenheit habe ich halt immer mal wieder jetzt auch nicht regelmäßig immer nur wenn ich zufällig gesehen habe hier ist irgendwas im angebot oder so habe ich gedacht ja eigentlich wollte es ja auch mal wieder mit harz zu anfangen ja kaufe ich mir das ding aber nie angefangen und damit sich das jetzt auch rentiert fange ich jetzt wieder an und deswegen keine ahnung wahrscheinlich ploppt jetzt hier irgendwas auf von den sachen die ich in den letzten vier jahren gekauft habe ganz viele ganz viele ich weiß nicht wollen wir uns die alle angucken oder oder skippe ich das skippe ich die skippe ich die jetzt hier mal durch kasunchen oh ja kasun der war auch cool der hat immer so kleine dinger abgefeuert guck mal dass ich mir das noch merken kann nimmelhaus kälters wow den kenne ich aus heroes of the storm vor allem genau wie hier waller war junge 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 was geht nicht ab ok ok ich mach das mal schneller ja der bananen mann muggler alles klar schick es tut mir leid leute da müssen wir jetzt gemeinsam durch oh mein gott legendäre karte so es hört auf es hört auf legendäre karte hä ok anscheinend haben die den skin von von legendary karten auch geändert weil früher war hier so ein so ein drachen ding zilliacs belohnung ich finde sie in eurer kartensammlung ok raffi schnitt goldenes mini set rückkehr nach 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 rückkehr nach nach rückkehr nach nach ramas boah wat ein zungenbrecher hier 72 karten wurden eurer sammlung hinzugefügt goldenes mini set todesminen ok die höhlen des bla dunkel mond ok ok es hört nicht auf ja das es sind vier jahre leute ne sind nicht vier wochen auch nicht vier monate wow ok ok aber offensichtlich neue klasse freigeschaltet hartstone belohnung klasse und deck dämonenjäger ok krass es gibt jetzt eine neue klasse anscheinend dämonenjäger neue klasse freigeschaltet todesritter oh cool ah nice also gibt es zwei neue klassen anscheinend todesritter 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 was sind das hier für decks aber wahrscheinlich die von damals die die ich probierten hakenmodus aus ja nee das machen wir jetzt nicht aber probiert euren was ist das denn na egal komm das schon ein paar standard decks aber ihr könnt in eurer sammlung jederzeit weitere erstellen genau machen wir jetzt aber nicht 911 packungen ist jetzt ein witz oder erfolg abgeschlossen legendärer sammler titanen ok anscheinend gibt es jetzt hier im spiel auch erfolge zumindest ploppt da ab und zu was auf das ist ja auch so ein ding da muss ich ganz ehrlich sagen äh ich meine das muss ich gleich erst mal verifizieren das habe ich mir ja früher schon gewünscht ne oha alter schwede was geht hier ab was geht hier bitte ab ok ok schließt das söldner tutorial ab shop krass 911 packungen wow ich glaube das wird das längste und größte pack opening aller 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 zeiten werden winter auch fest sammelt euch ums feuer freunde ähm ok ah ok das hier ist äh sind quasi die event quests ah ok äh absolviert ein spiel im traditionellen hearthstone modus spielt ein spiel im schlachtfeld modus alles klar das kriegen wir hin ähm boah ey ich muss erstmal raffen wie das hier funktioniert aber anscheinend müssen wir hier die quests machen und steigen dann hier im level auf das sind relativ selbsterklärend quests ah krass ok das war früher auch anders da hatten wir nämlich glaube ich nur drei daily quests die man sammeln konnte innerhalb von einer woche und wenn du die nicht gemacht hast dann dann sind die irgendwie waren die stuck halt ne dann hast du keine neue dazugekriegt deswegen war es halt immer ratsam früher alle drei tage hardstone zu spielen um die daily quests zu machen damit du halt voll und ganz äh davon profitierst wöchentliche quests gibt es jetzt scheinbar auch und die event quests wow da hast ja jede menge zu tun was ist das hier neuer belohnungsweg showdown im ödland erhalte teuer eine belohnung auf dem einen ok alles klar krass hast du eine belohnung einfach so stufe 2 wieso stufe 2 wird mit der nächsten erweiterung zurück gesetzt belohnungsweg sammelt erfahrungen belohnungswege stufen freizuschalten könnte ich die erfahrung sammeln quests gameplay erfolge quests gameplay gameplay ist klar quests erfolge ah ok holt euch den gasthaus pass gasthaus pass showdown im ödland ok das habe ich scheinbar nicht gekauft oder so keine ahnung ok interessant also man kann hier irgendwie leveln und bekommt dann krass viele sachen irgendwie ok ja sorry leute das ist hier gerade echt wahnsinnig wahnsinnig viel input es hat sich so viel geändert in dem spiel was haben wir hier erfolge ah ok das sind die erfolge hier alles klar ok hier sind wir in dem erfolge ding und da muss ich sammelt fünf verschiedene legendäre karten alles klar sammelt vier sammelt sieben gameplay oh wow krass also leute ne da muss ich ja sagen das ist ein ding ne seit es heartstone gibt ohne witz ne sag ich immer wieder in meinen alten videos habe ich das so oft gesagt ne warum führen die keine erfolge in dem spiel ein warum machen die das nicht ich weiß nicht wie ihr das seht ne ich bin jetzt auch nicht auf dem neuesten stand ich weiß jetzt auch nicht wie die community da drüber denkt und so aber ich habe mir das früher gewünscht weil es gab auch einfach in starcraft 2 nichts cooleres als einfach also neben der ledderei hier 1 gegen 1 und 2 gegen 2 und so gab es aber auch nichts cooleres zwischendurch einfach diese ganzen erfolge zu machen in der kampagne und so und da gab es richtig einfache sachen aber auch richtig schwierige wo du wirklich hier auf hardcore da mehrere versuche brauchst um da irgendwie die bestimmten erfolge zu holen das hat meiner meinung nach immer spaß gemacht und man hat halt irgendwie immer so eine beschäftigung nebenbei was haben wir hier profil gewertet 3138 siegel insgesamt 83 siege in der arena ja ich war nie der große arena spieler ich habe da zwar zwei drei mal glaube ich den zwölfer win geholt keine ahnung ich kann mich nicht mehr erinnern aber ich war nie so der große arena fan obwohl das zumindest damals sich schon gelohnt hat viel arena zu spielen weil du da halt immer viele karten bekommen hast schlachtfeld schlachtfeld hat mir jünglich wirklich sehr viel spaß gemacht zu spielen und sogar ehrlicherweise so wie ich mich entsinnen kann sogar mehr als der gewertete modus das habe ich echt super gerne gespielt 59 mal top 4 ja ich war auch nicht besonders gut immer aber ich habe es gerne gespielt duelle das kenne ich nicht duelle 0 söldner warte mal was steht denn hier ehrwertungen normalen oder heroischen duell modus wow söldner zeigt pvp rang und anzahl der kopfgelder söldner modus ok ja ihr seht schon das sind zwei sachen die ich noch nicht kenne klassenfortschritt ach cool guck mal jetzt ist das hier so aufgelistet ja ich war nämlich mit allen helden na nicht ganz mit dem jäger 52 und mit dem krieger 45 aber mit den meisten bin ich stufe 60 gewesen und hatte auch eine menge damit gespielt am meisten tatsächlich mit dem hexenmeister paladin druide ja mit druide habe ich vor allem ganz gerne den mildruiden immer gespielt ja ok ok ihr seht schon mein account auf welchem stand der dinge der ist und ich bin anscheinend hier bronze 10 bronze 10 bronze 10 bronze ok das scheint auf jeden fall auch neu zu sein mit den rängen weil ich glaube rang 10 war damals zumindest gar nicht so schlecht rang 10 äh konntest du dich hochspielen auf rang 5 dann hat sie da wieder so ein freio place und dann konntest du von rang 5 dich auf legend hochspielen das war immer so die mission von 5 auf legend hoch ich habe es aber muss ich sagen ich habe es nie auf legend geschafft ich war immer nur rang 1 ich habe mich immer so von von rang 1 äh zu rang 5 hoch und runter gespielt sammlung boah guck mal ey hier gibt es echt relativ viele erfolge erfolgspunkte schließt erfolge ab um mehr Punkte zu erhalten ich habe 2400 erfolgspunkte ich weiß jetzt nicht ob das gut oder schlecht ist aber es gibt hier auf jeden fall guck mal abgeschlossen abgeschlossen oh jetzt habe ich hier versehentlich irgendwas gekauft oder so das verstehe ich jetzt nicht oha habe ich jetzt den fehler gemacht habe ich jetzt irgendwas gekauft so mit 10 legend in deren karten ah ich habe jetzt auf jeden fall erfolgspunkte ausgegeben für das hier ob das so sinnvoll war weiß ich nicht egal da muss ich mich mal in ruhe mit beschäftigen vielleicht off the records oder einer von euch hat vielleicht auch lust mir in den kommentaren auf die sprünge zu helfen ich lese mir die auf jeden fall alle durch und vielleicht hat ja der ein oder andere lust mir hier meine ganzen fragezeichen zu nehmen okay okay ja wahnsinnig viel alleine hier das tage tagebuch tagebuch da gibt es hier jede menge zu entdecken belohnungswege erfolge profil quests event okay alles klar wow boah das ist echt heftig shop okay okay krass boah hier hat sich auch alles verändert früher konnte man hier einfach nur kartenpackungen und die letzte expansion kaufen jetzt hat man hier anscheinend noch tausend andere sachen und irgendwie hat sich jetzt mein spiel aufgehangen oder bitte nisch ja doch es scheint sich aufgehangen zu haben aber gut ähm ich würde sagen ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten episode wieder das ist ein zeichen ich habe ja auch damals immer in der vergangenheit nach einer halben stunde schicht im schach gemacht dann nehme ich aber jetzt direkt die zweite episode ich starte das spiel neu ich gucke mich erstmal ein paar minuten um damit ich nicht hier wieder wie der ochs vom berg sitze und dann ähm ja dann lade ich das morgen für euch hoch ich hoffe euch hat es gefallen und äh ja viel zu sehen gab es ja nicht außer das wiedersehen und sehr viel verwirrung aber vielleicht wird es ja in der nächsten episode äh schon ein bisschen klarer mal sehen in diesem sinne bis zum nächsten mal ja